Moin Leute und herzlich willkommen hier wieder bei einer weiteren Folge Minigames und wir spielen mal wieder Ender Games und ja es geht los und wir sind bei 7,5 4 3 2 1 und go Ah, ich krieg nichts, ich krieg nichts so krieg ganz ich nichts vielleicht den hab ich auch noch nicht gekriegt aber ich habe wenigstens etwas gekriegt Gehen wir in die Richtung? Ja, gehen wir in die Richtung Wir gehen in diese Richtung Braucht den Baum nämlich Da ist überhaupt kein Baum drauf Geht's dann in die Richtung? Ich hoffe Ich hab kein... Ups, Entschuldigung Ich hab keine Ahnung, ob's in die Richtung geht Null! Nada! Auf jeden Fall sind Truhen drauf und ich bin irgendwann nicht schnell genug Ich bin einfach nur langsam Wo geh ich denn mal am besten hoch? Da Da komm ich am besten um, ja An der sich nämlich auch überlegt Ich könnte einen Baum vertragen aber das geht wohl nichts Scheiße, ey Maaaannn! Geil! Hier wird gleich geschnetzelt. Fucken am Boxen, ey! Nein, ich treff ihn nicht, ich treff ihn nicht! Fuck, ich hätte ihn, glaube ich, nur noch einmal treffen müssen! Ach, Mann, ey! Fuck, ey! Gut, äh... Wir sehen uns in der nächsten Runde, bis gleich! Und da sind wir bei einer weiteren Runde! Und... Die beginnt in 20 Sekunden, ein bisschen weniger, schätze ich! Und ich hab keine Ahnung, welche Map das ist! Also, werden wir es gleich erzählen, wenn ich runterspringe! Und es geht in 5, 4, 3, 2, 1... Go! Und da haben wir Diamanten! Drei Stück! Ich hole eine! Irgendwie hat sich die Zahl vermehrt, eben stand da zwei! So, und da springen wir runter! Und ich brauch Bäume! Ich hole mir nämlich direkt... Die Truhe da hinten! Genau! Und danach hole ich mir einen direkten Diamantschwert! Ach, scheiße! Ich hab jetzt drei Eisen! So ne Scheiße! So! Ein bisschen Holz holen! Zwei Stück! Wir haben noch 30 Sekunden! Ich baue mir jetzt, sonst bin ich gleich wieder zu langsam! Ähm... Hüp! 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 Oh, meine Fresse, ey! Ich leck das schon wieder! So ne verdammte Kacke, ey! Jetzt bin ich gleich tot! Ja, sag ich doch! Ich bin gleich tot! So ne verdammte Kacke! Mann! Wir sehen uns gleich wieder! Bis gleich! Und da sind wir bei der nächsten Runde! Die Plätzen waren ja alle scheiße! Und... Mann ey! Ich konnte... Ich wusste es! Jetzt krieg ich hier nichts! Nichts! Und ein Stück Leder, das keiner will! Die Kiste ist meine! Jetzt leckt er mich! Ohhhh! Ohhhh! Fick dich! Fick! Dich! Doch! Fick! Dich! Doch! Ich hol mir jetzt Nahrung und Schnitzel einfach hier! Ohhhh! Ohhhh! Irgendwas ich jetzt habe! So! So mache ich das! Warum? Warum kann ich die nicht öffnen? Jetzt! Jetzt konnte ich sie öffnen! Natürlich Diamanten hat ja... Ach fuck! Fick mich! Wir haben ein sweep! Ich bin weg! Der hat nen Diamantswert! Ich meine... Nö! Das gibt es einfach nicht! Einfach kein Glück! Mann! Ich hab jetzt aber noch angekotzt. So schrecklich ist das! Den jagen wir. Genau. Fuck! Komm her! Komm her! Und weh, ich werd jetzt wieder weggeportet. Schnetzelin! Mann! Das gibt's einfach nicht! Oh, Mann! Leck mich! Leck mich! Jetzt portet er sich weg! Und das schnitzel ich! Nein! Mann! Nein! Oh, nein! Oh, nein! Mann! Ich hab heute wirklich kein Glück! Wir sehen uns gleich in der nächsten Runde! Bis gleich! Da sind wir wieder zu einer Runde Ender Games! Mal gucken, wie diese Runde wird! Die letzte war ja scheiße! Die davor auch! Mein Fress, ey! Und es geht los! Krieg ich diesmal was? Ein Diamanten! Und eine Ender Perle! Gut! Sehr gut! Kann ich mir wenigstens porten! Ich hab' auch ein Schwein! Oder ein Huhn oder ein Schwein oder was auch immer! So! Dann porten wir mich! Da hinten! Gut! Einen Diamanten fehlt! Einen Diamanten fehlt noch! Da ist eine Truhe! Die hole ich mir erst mal! Nein, der ist gleich noch eine Truhe! Da ist Eisen drin! Die Truhe ist verschwunden! Toll! An die Truhe komme ich gerade nur so dran! Da ist was rohes Fleisch drin! Boah! Jetzt gibt mir das rohe Fleisch, ey! So! Brauche ich nur noch einen Baum! Ich mach' keinen Frieden! Vergiss es! Ich bin so stich sauer! Ich hab' heute so oft verloren! Ich mach' heute keinen Frieden! Nee, 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 nee! Das kann ja gleich vergessen! Ich bin so genervt! Ich hab' heute nur verschissen! Und er hat mir gut Holz zusammengefarmt! Ist auch gut! So! Dann haben wir schon mal ein Eisenschwert! In dem ich wenigstens etwas hab' Von dem kann kein Gegner kommen! Ein Eisenschwert! Dann sind wir hier gleich wieder! Oh, jetzt bin ich hier im Wasser! Oh! Eisen! Und ein Eisenschwert! Fünf Eisen! Das heißt, ich kann mir einen Helm craften! Das heißt, ich werde jetzt da rüber gehen und nur noch die Kiste schnappen! In einer Werkbank auch stellen! Genau! So mach' ich's! Ne, hier sind so viele Kisten! Ich hol' mir erst das ganze Eisen! Und die Diamanten! Und die Pfeile! Und die Level-Bottle und den Bogen! Und was da noch drin ist! Und dann... Schade, aber auch noch ein Eis! Gut! Dann crafte ich mir jetzt erstmal einen Brustpanzer! Nein! Fuck! Fick dich! So! Ähm... Entsortieren wir mal! Das, das... 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 Raus, das, raus... Das, raus, das, raus... Und die Schuhe... Und ein Eisenschwert! So, jetzt brauch' ich nur noch ein ganz bisschen Eisen! Und dann hab' ich... ...viele gute Sachen! Die kostet den Roling mal sofort! Erst was essen! So! Da ist Eisen! Acht Eisen! Passt! Nein! Boah, Fick dich! Also, die bauen auch wirklich gerne Pfeile! Ja! Hab' ich gerade so festgestellt! Dies... Das... Das... Ich brauch' eben die Workbench! Hol' ich mir nämlich jetzt ein Eisenbrustpanzer! Was ich schon lange haben wollte! So, und... Ich hab' noch genug Holz! Gut! Ähm... Sieben Biers! Das heißt, ich crafte mir jetzt eine Hose! Es leckt! Es leckt! Ich renne da mal weg! Ich pack' hier fest! Ich pack' hier fest! So! Danke! Mit Sharpness verzaubern! Das müsste Sharpness sein! Jupp! So! Dann brauch' ich ne Workbench! Um mir... Um mir... Oh... Pfff... Ja... Ich hasse was... Pfff... Boah, Fick dich! Ja, ist gut! Ich verliere das! Mann! Ich hasse das! Ja, ist gut! Ich hasse das! Hm? Pfff... 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 Natürlich trifft er mich auch zehnmal! Pfff... 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 Am Ende verkriege ich mich zu sehr. Viel zu sehr. Scheiße. Wieder nichts hingekriegt. Nichts hingekriegt, überhaupt nicht. Ich habe Gold. Was soll ich mit Gold? Da sind Kisten und Schweine. So. Kiste Borden. Also ein Eisenschwert habe ich. Und die erschwert leider nicht ganz. So, und da ist auch noch eine Kiste. Ein Eisenschwert habe ich. Und was zum Wegporten auch. Gut. Bewege ich mich mal ein bisschen weiter in die Richtung. Tun wir da vielleicht noch einen Diamanten raus. Nein, nur Eisen. Okay. Hier habe ich ziemlich gute Übersicht. Und crafte ich hier. Ich habe keine. Boah, ist der jetzt ein Oberpro. Das ist nur Oberpro im Bogen schießen. Nein. Nein und nein. Und da war ich schon wieder am Mikro. wo ich mich schon aufregen könnte. So, ich gucke einmal wieder in den Himmel und gucke mal, wie lange die Folge geworden ist. Und ich sage, die Folge ist zu Ende für heute. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Bye, bye. Adios.